Tja, schneller kann das Wochenendvideo sich eigentlich nicht bestätigen. Wir hatten am Wochenende ja uns das mal gemeinsam angeguckt. Ich hoffe, ihr habt es zumindest ein bisschen gesehen. Im YouTube mache ich ja regelmäßig einen Beitrag, der ja auch auf Finanzmarktwelt.de veröffentlicht wird. Also meine Empfehlung, guckt euch das ruhig an, sowohl meine Videos als auch die Beiträge dort. Markus Fugmann übrigens, wenn ich von Finanzmarktwelt.de ja sowieso gerade spreche, hat im Moment sehr stark die Fährte auf die Evergrande-Geschichte in China und den Fokus darauf hat festgestellt, dass da wohl einige Gefahren drohen. Also das ist auch von der fundamentalen Seite, was ja eher sein Metier ist. Ich bin ja eher der Dovo-Chart-Techniker, der nur einfach guckt, wie die Leute reagieren und dementsprechend passt das im Moment eigentlich hervorragend zusammen. Wir hatten darüber gesprochen im Chart, dass eigentlich so ein Rücksetzer, das ist natürlich nicht garantiert, dass sowas passiert. Also man sollte nie mit dem, ja das ist ganz klar, dass das jetzt als nächstes passiert. Nein, das ist es nicht. Aber es ist nun sehr realistisch, sehr typisch, dass Rücksetzer bis auf dieses Niveau, das haben wir jetzt gerade erreicht. Ihr seht das hier noch im 4-Stunden-Chart. Das haben wir hier gesehen. Oder aber nochmal eine Stufe tiefer. Aus meiner Sicht fast noch schöner wäre es, wenn er auch dahin geht. Vielleicht macht er das auch mit einem Päuschen, vielleicht kommt er ein bisschen jetzt mal hoch, das werden wir sehen. Aber noch schöner wäre es, wenn wir die 14.800 auch bekommen. Und das meine ich überhaupt nicht boshaft, sondern das meine ich, um aufgeräumte Verhältnisse zu haben. Denn wir kennen doch die Marktteilnehmer, damit sie dann wieder mit frischen Scheinen winken und dann auch gerne wieder was einkaufen, wäre es natürlich schön, wenn sie Bedingungen haben, die sie gerne eben so auch wahrnehmen. So, und das ist ein Rücksetzer auf dieses Niveau, weil es eben so ein Klassiker ist, weil es so ein typisches Ding ist. Je tiefer es allerdings darunter geht, ihr seht das hier oben nochmal, also unter die 14.800er. Das ist jetzt nicht exakt auf Millimeter genau, aber ihr könnt so als Groborientierung, das wäre dann ja ein Rücksetzer, so vierte Welle. Vierte Welle, das sind immer die verkürzten Rücksetzer. Man könnte das jetzt von hier mal messen bis zu dem höchsten Punkt, da hätten wir hier die 23.600, das wäre eigentlich genau auch da in dieser Zone in etwa. Die 38.20er ist auch noch in Ordnung. Also da würde ich jetzt noch nicht in Panik geraten, wenn der Kurs auch bis dahin geht. Ich hatte es ja in dem übergeordneten Video schon gezeigt. Also noch ist die Welt nicht verloren, aber wir kommen einer Tiefmarke entgegen. Und ihr wisst ja, ich bin im Born for Trading Live, sprechen wir immer wieder über die aktuelle Marktsituation, hat immer schon jemand geschrieben. Ja, jetzt, aber wer da jetzt long geht in dieser Situation oder long gegangen wäre in dieser Marke oder vor dem Wochenende, so buy the dip mäßig, der hätte hier ganz schön teuer eingezahlt. Also kauft nicht einfach auf gut Glück so von wegen, oh, da hat er eine rote Marke hingelegt, da muss er kurz noch drehen. Rote Marken neigen dazu, das ist Quatsch. Das sind Orientierungshilfen, um Größenordnung ein bisschen einschätzen zu können. So ähnlich wie, wenn wir im Prinzip diesen Rücksatz, den wir hier vorne haben, mal ein wenig in Verhältnis bringen zu dem, was wir hier vielleicht zu erwarten haben. Und dann seht ihr, das hier oben ist so diese erste, die simple, die einfache Zielmarke. Und wenn der Kurs hier tatsächlich den Dreh hinbekommt, das können wir ja schon fast als gegeben so hinnehmen, dann ist ja alles safe. Aber er muss es dann hier auch zeigen, dass er hoch will. Das ist denkbar ab sofort, wie gesagt, ein bisschen tiefer fände ich noch hübscher. Dann müsste er aber auch eine hinreichend große Bewegung. Schön ist, wenn es dabei Überschneidungen gibt und möglichst wackelige Gegenbewegungen, damit man sieht, ach nee, 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 die war doch die stärkere, die ist die schwächere Bewegung. Dann wird es wohl diese Richtung sein. Aber das lasst euch bitte zeigen. Die nächste deutliche Unterstützung, die ist dann wahrscheinlich dieses Cluster hier. Das entspräche etwa dieser Größenordnung, das entspräche dem 38er Marken hier, beziehungsweise der ganz großen 23er Marke. Also ich sage mal hier um die 14.100 plus minus ein paar hundert Punkte. Das ist schon ein bisschen eine Spanne, gerade auf diesem großen Bereich. Auch das wäre noch einigermaßen in Ordnung. Also ich würde noch nicht in Panik geraten, wenn der Kurs bis dahin runter geht, aber viel tiefer will ich ihn dann auf keinen Fall sehen. Etwas tiefer würde ich mir wünschen. Bis dahin wäre auch in Ordnung. Aber was ich nicht mehr sehen möchte, ist, dass er hier durchgeht. Das wäre dann ähnlich wie die Lehman-Geschichte. Wir hatten ja in den 2000er Jahren die Situation, dass wir wieder ein bisschen erstarkt waren, nachdem wir Anfang des Jahrtausends, ich kann es euch jetzt leider in diesem Chart hier gar nicht zeigen, nachdem wir da deutlich runtergekommen waren und dann deutete sich die Situation sogar ähnlich an wie diese hier. Und spätestens dann, wenn wir das hier überschneiden, so ähnlich wie spätestens, als wir diesen Punkt hier oder von mir aus auch noch diesen, wenn man möchte, als wir da durch sind, war klar, dass das mit Bullish jetzt vorläufig erstmal nichts zu tun hat und dass ernsthaft diese Tiefmarken wieder angesteuert werden. Alternative oder nicht übertragen auf dieses Bild, so will ich sagen, wären das tatsächlich sogar diese Marken nochmal. Keine Sorge, keine Angst, noch sind wir safe. Wir haben das erste Sicherungsnetz hier, wo sich der Kurs aufhalten kann, das nächste Sicherungsnetz da. Aber wir müssen eben damit rechnen. Und diesen kleinen Pinökel, der sich hier jetzt tapfer nach oben traut, da fährt ein Bulldozer drüber und dann ist das Ding auch platt. Also das ist noch nicht aussagekräftig. Wir dürfen nicht vergessen, die Chinesen haben heute ihr Mondfest und dementsprechend keine Impulse so richtig aus der Richtung. Und ich denke, wenn die Chinesen wieder voll mit dabei sind, dann werden wir sehen, wie sich da die Situation auflöst und inwieweit Sorgen daraus dann in die westliche Welt rüberschwappen, denn man kann sagen, ja, China ist weit weg. China ist genauso weit weg wie all die Waren, die wir so gerne hätten und immer wieder auch gerne bestellen. Also insofern, das Ganze ist weit weg und doch so nah. Und dementsprechend ist das nicht ganz von der Hand zu weisen, diese Sorge besteht. Gucken wir nochmal kurz auf die Amerikaner, wenn wir eben da dabei sind. Und beim Dow, ja, es vollzieht sich so in etwa, wie ja schon mehrfach angedeutet, deshalb müssen wir es hier, glaube ich, nicht breit treten. Hier wäre die Marke so 33.000, völlig in Ordnung, völlig ohne irgendwelche Aufregung zu erreichen. Alles, was dann tiefer geht, wir hätten dann nochmal die 32.000er Zone. Das ist jetzt nicht auf den Meter genau, das sind durchaus auch ein paar hundert Punkte plus oder minus. Aber das wäre dann auch noch in Ordnung. Aber wenn es dann noch tiefer geht, dann fangen dann die Sorgenfalten an, tiefere Furchen zu schlagen. Dann sollten wir uns echt überlegen, wie wir damit umgehen. Gut, S&P 500 ist selbstredend. Das ist die Zone, wo er rein darf. Das ist die Zone, wo er sich aber nicht hat umkehren lassen, sondern wo er offensichtlich gesagt hat, ihr könnt mich ja alle mal mit euren blöden Theorien. Es geht ja nicht darum, dass die Theorie ist, da dreht er sich ja um, sondern hier müsste er umdrehen, wenn er bullisch ist. Das ist übrigens eine Geschichte, die wir im Gold aktuell haben, wird aber ein andermal erzählt. Aber beziehungsweise hatte ich am Wochenende ja leider nur auf Englisch erklärt. Wenn ihr Spaß daran habt, guckt es euch natürlich gerne an. Es ist relativ leicht zu verstehen, wie ich denke. Aber das ist das, wo er sich entscheiden muss und offensichtlich nicht entschieden hat. Und wenn er dann sich auf der Unterseite immer weiter entfernt, dann ist dann auch das bullische Bild vorläufig erstmal ziemlich böse dran. Und dadurch, dass wir jetzt immer größere Rücksetzer haben im Verhältnis zu dem, was wir hier vorne haben, könnt ihr euch selber ausmalen. Das hat nicht gehalten. Das hat nicht gehalten. Der nächste Test liegt hier. Und es wird nach unten hin immer dünner, was die Unterstützung angeht. Und die Sorge, dass es vielleicht in Panik irgendwann überschlägt, wird immer größer. So, also wollen wir das Ganze nicht überdramatisieren. Aber wir sehen, das ist ja das Schöne als aktive Händler, dass wir eben diese Verhaltensmuster sehen. Wenn ihr nicht sicher seid, könnt ihr immer gucken, ist das eine Aufwärtsbewegung? Ja. Ist die mehrwellig? Ist die dreiwellig? Ist die einwellig? Wenn ihr da nicht sicher seid, fahrt es mit dem Finger ab. Einmal, zweimal, dreimal, dann hört das Ding auf. Es bricht hier durch. Das heißt, es ist offensichtlich korrektiv, weil dreiwellig ist eben typisch korrektiv. Wenn ihr die Unterseite durchstößt, ist das regelmäßig halt ein Zeichen dafür, dass das wohl eher nach oben nicht das Wahre ist, sondern dass die Fortsetzung nach unten ist. Und das zeichnete sich ja ab aufgrund vieler Geschichten. Das geht natürlich in beide Richtungen. Entweder wild wackelnd oder eben diese Dreiwelligkeit ist ein Indiz dafür. Kein Beweis, aber ein deutliches Indiz. Und die Indizien sprechen im Moment für steile Bewegungen nach unten. Und ihr könnt euch ausmalen, wenn er jetzt dreiwellig oder mehrfach überschneidend, wackelnd nach oben marschiert, dass das keine Einladungen für Käufe sind, sondern für weitere Fortsetzungen nach unten. Ich bin also gespannt, was passiert. Die bärische Seite scheint also ganz gut zu laufen. Im Moment, wenn ihr selber drauf gucken wollt, drücke ich euch die Daumen, dass ihr die richtigen Entscheidungen auch trefft. Und wenn ihr sagt, alleine ist immer langweilig, seid ihr natürlich eingeladen, euch auch anzumelden für den Trade des Tages auf der einen Seite oder für Born for Trading, wo wir dann auch immer wieder Trading-Ideen vorstellen. Ganz klar, was sind unsere Setups, die wir gerade im Moment umsetzen mit ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken. Also, wer will zum Nachvollziehen, ich würde niemanden auffordern, es nachzuhandeln, aber wir setzen die Sachen halt so um und das scheint einigermaßen gut zu funktionieren. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.